Das nächste Mal gehst du auch mit drauf, Dexter. Kann man das jetzt nicht überspringen? Ah, okay, er sagt es nicht mehr. Es kommt nur die Kamerafahrt. Das finde ich gut. Äh, Versuch Nummer 2. Na, tu das doch nicht. Ja, rotes Eco. Yay. Ah. Ah. Nein. Was so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich bestelle halt Pizza mit zweimal Peperoni. Mit zwei Peperoni. Ja, das ergibt so viel Sinn. Oh mein. Oh scheiße. Ach du Scheiße. Oh scheiße. Okay, das ist nicht leicht. Wo du schon mal da unten bist, äh, massierst du mir die Füße? Nein. Ähm, das ist doch nicht so leicht, wie ich mir anfangs gedacht hätte. Oder wie ich anfangs gedacht hätte. Ich sollte auf das Denken verzichten und mich besser auf den Kampf konzentrieren. Denn ich werde zusammengeschlagen. Gehänselt und gegretelt von allen Seiten außer oben und unten. Und verdammt, da sitzt ein Maskottchen auf meiner Schulter. Hat mein Leben noch einen Sinn? Äh, ja genau, genau. Wenn hier schon so eine Massenschlacht ist, kann ich auch gleich das grüne Eco aufsammeln. Was meinem Leben zugute kommen sollte. Yay. Okay. Äh, mit diesem... Aufgeladen mit dem roten Eco, denke ich, können wir jetzt auch die Kisten zerstören. Oder auch nicht. War da nicht? Nee. Dann können wir die Kisten halt nicht zerstören. Hier drin gefällt's mir gar nicht. Jetzt halten wir dich aber mal aus dem Zeug raus, okay? Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich da reinspringe? Also ich will's jetzt nicht versuchen. Ausgegebenem Anlass. Aber es würde mich interessieren. Also wenn ihr's wisst, wäre ein Kommentar ganz nett. Äh. Hier gibt es jetzt sonst, glaube ich, nichts mehr. Oder? Antworte mir, Dexter. Und sitz nicht so nutzlos auf meinem Rücken. Ich bekomm schon Schmerzen davon. Achso, ja, okay. Okay, wir sind hier woanders als vorher. Äh. Wir haben sozusagen einen anderen Ausgang genommen. Moment, nein, haben wir nicht, okay. Haben wir nicht. Aber wir könnten es doch, oder? Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist der Moment... Ja, da können wir jetzt rausgehen. Kommen dann zu einem anderen Teil der Insel. Lass mich mal gucken. 19 Energiezellen haben wir schon. Das heißt, uns fehlt tatsächlich nur noch eine. Dürfte mit den Spähfliegen erledigt sein. Ach! So erledigt, wie ich es gerade war. Und wir werden es uns noch einmal ansehen. Denn ich habe ja eben leider ins Gras gebissen. Durfte die Radieschen von unten sehen. Und es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Jihau! Wie habe ich das mal wieder hingekriegt? Ich weiß es nicht. Erklärt es mir. Durch diese Tür. Das ist so fies. Meine Schläge haben so einen Rückstoß. Ähm. Speichersystem. Habe ich auch noch gar nicht gesagt. Man kann... Wir spielen übrigens Jack & Dexter. Man kann jederzeit speichern. Wird dann aber respawned an... ...festgelegten Punkten. Hier heißt hier zum Beispiel der Anfang der Nebelinsel. Äh... Ah ja, im Inventar kann man auch sehen, was man alles schon gesammelt hat. Und bla 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 bli bla blub. Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Ähm... Mehr weiß ich nämlich auch nicht. Yay! Okay, du bist tot. Tot. Ähm. Ah, bleiben einem die Worte weg. Nein! Das tust du nicht. Das tust du ganz bestimmt nicht. Spuckt er mich einfach an. Okay, blaues Eco. Von da hinten aus. Über diese ganzen Dinger springen. Und das blaue Eco am Leben halten. Vergiss es. Ich werde erstmal weiterschauen, was es sonst noch so gibt. Auf diesem Pfad. Äh, wenn ich hier runtergehe, komme ich dann wieder hoch? Ja. Okay. Das ist super. Wisst ihr was? Ich glaube, ich war hier sogar schon mal. Ja klar war ich hier sogar schon mal. Ich bin wieder am Anfang der Insel. Ähm. Und nimm das! Okay. Ach so. Und da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Oder wie war das? Jetzt verstehe ich den Zweck meines Umweges. Aber dann doch nicht. Denn ich komme da hoch. Wo war die Brücke? Wo war die Brücke? Da hinten. Okay. Heißt, dieser Spot ist eigentlich nutzlos. Der hier auch. Au! Wow! Wie ge... Waaah! Wie gemein ist das? Menno. Mann. Bin beleidigt. Okay. Äh. Macht ja auch nichts. Das ist ja nicht so weit weg. Um genau... Um genau zu sein, sind wir wieder direkt da. Und... Versuchen... Ne, werden erstmal da hinten die... 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 Ah, okay. Hier bist du also. Das war nämlich das, was ich von da oben gesehen hatte. Wo ich versuchte drauf zu springen. Weil ich dachte, man müsste so hier drauf. Und dann hat es doch nicht ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. 120 Wilders-Urakel. 120 Precursor-Obs. Ich habe... Genug. Bräuchte 240. Das Orakel hat nämlich nur zwei. Armer Schlucker. Und... Ja gut, was willst du als Orakel so alles kaufen? Ja! Yay!